Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lieder, Liebe, Leben. Ich bin Steph und heute dreht sich alles um die digitale Auszeit. Die digitale Auszeit, ja, die Idee, die verfolgt mich schon lange. Und zwar wollte ich irgendwie es möglich machen, dass man komplett ein Wochenende lang einfach mal rauskommt, in die Natur, sich frei macht, das Handy wirklich am Freitag ausschaltet und am Sonntagabend wieder einschaltet, frühestens, wenn man denn Lust hat noch. Und einfach mal die Dinge macht, die du nicht machst, weil du dich mit anderen Dingen ablenkst, mit dem Handy, mit dem iPad, mit dem Fernseher, mit dem Radio. Und mir war es einfach wichtig, wirklich einen Raum zu schaffen, wo das möglich ist und eben nicht nur, dass du Freizeit hast für die Dinge, die du vielleicht sonst nicht schaffst, sondern dass du auch lernst, wie du dir digitale Auszeiten im Alltag gönnen kannst. Das Handy in der Hand, ständig. Dann kommt hier noch eine Push-Up-Nachricht und derjenige will noch schnell was wissen und dann ruft man da nochmal kurz an und hey, warum hast du dich noch nicht zurückgemeldet? Man ist ständig irgendwie unter Strom, muss ich mitteilen, Foto hier, Foto da, guck mal, wo ich gerade bin. Also ich nehme mich da nicht aus, ich mache das auch und ich finde es auch schön zu sehen, wo meine Family gerade unterwegs ist und, und, und. Aber dieses ständige Verfügbarsein kann auch megamäßig stressen. Und deswegen habe ich angefangen, mir digitale Freiräume zu schaffen und angefangen eben zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal nicht erreichbar. Und was soll ich sagen, es ist auch überhaupt nicht schlimm. Keiner beschwert sich, dass er mich nicht erreicht hat, weil diese digitalen Freiräume sind nicht irgendwie über einen ewig langen Zeitraum, sondern es ist eine Zeit, die einfach nur mir gehört und danach kann ich ja wieder aufs Handy schauen, meine Mails checken und, und, und. Und ich habe mir dann eine Struktur eingebaut, die ich derzeit auch noch weiter verfolge und weiter ausbauen werde, um da viel, viel weniger Zeit zu verplempern mit Dingen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Das Erste, was ich mache, ist am Morgen mindestens eine Stunde, nachdem ich wach bin, das Handy gar nicht erst in die Hand zu nehmen. Also, mein Handy ist nachts auf Flugmodus oder komplett aus. Mittlerweile habe ich mir einen Wecker wieder besorgt, weil ich das Handy nicht mehr neben meinem Kopf haben wollte in der Nacht, selbst wenn es aus ist. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, renne ich nicht erst mal zum Handy und gucke, was passiert, was es Neues gibt, ob jemand geschrieben hat oder was auf Facebook los ist oder ein nächster Instagram-Post, sondern ich habe meine Morgenroutine, mache verschiedene Sachen, die mir gut tun, von Meditation über Yoga-Übungen. Und diese Morgenroutine habe ich intuitiv schon vor einigen Jahren angefangen. Und zwar war es so, dass ich mir jeden Morgen erst mal ein lauwarmes Glas Wasser zugefügt habe, meinem Körper mit Flüssigkeit versorgt habe. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich seit einer geraumer Zeit nicht nur lauwarmes Wasser trinke, sondern einfach eine schöne warme Zitrone, frisch gepresste Zitrone nehme, das erst mal trinke. Dann mache ich noch einen Tee für später, dass er schon mal durchgezogen ist und dann fange ich an zu meditieren, mache ein Programm. Nicht so, dass ich jetzt gleich völlig fertig bin am Morgen, sondern richtig fit, ausgeschlafen, entspannt und völlig bei mir und fokussiert in den Tag gehe. Und das ist so gut, es hilft so sehr einfach loszugehen, loszustarten in den Tag. Und das ist das allererste, das sind die ersten Dinge, die ich am Morgen mache. Das dauert eine Weile und umso mehr ich zu tun habe, umso notwendiger wird dieses Programm tatsächlich, weil ich einfach viel Energie geladen habe dadurch. Das heißt, ich stehe natürlich dadurch auch relativ zeitig auf. Und wenn du jetzt sagst, ich muss schon immer um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich rechtzeitig auf Arbeit bin, dann ist die Frage, kannst du es dir leisten, noch früher aufzustehen oder nicht? Ich habe mal mit einem Yoga-Lehrer gesprochen, der abends und morgens meditiert und Yoga praktiziert. Und der hat zu mir gesagt, seitdem ich das mache, muss ich weniger schlafen. Und das ist ganz interessant, das ist wirklich so. Wenn ich morgens Übungen mache, Meditationen, Atemübungen, Entspannungstechniken und da ich mich einfach total drauf fokussiere, bin ich schon super entspannt, bin ich super bei mir und dann bin ich wach. Ich bin einfach wach und kann losgehen. Und das ist richtig gut. Dann geht es an die Arbeit und dann schalte ich mein Handy an. Und dann gucke ich, was ist reingekommen, welche Mails, welche Nachrichten und dann arbeite ich die ganzen Sachen einfach ab. Dann gibt es irgendwann die Facebook-Zeit, die ich mir jetzt gesetzt habe, dass ich sage, nee, ich gucke mich jetzt immer ständig mittendrin drauf, sondern es gibt jetzt einfach eine Zeit, in der ich meinetwegen den aktuellen Podcast poste oder ein neues Video poste oder, oder, oder. Und dann ist es aber auch erstmal genug. Und wenn es dann Nachrichten gibt, die total wichtig sind, dann werden die auch zu ihrer Zeit beantwortet. Aber ich habe mir jetzt auf die Fahne geschrieben, ich muss überhaupt nicht immer gleich antworten oder reagieren auf irgendetwas, sondern ich nehme mir die Zeit, wenn die Zeit dran ist. Und das ist einmal am Vormittag und vielleicht noch einmal am Abend und dann ist gut. Und somit spare ich schon ziemlich viel Lebenszeit und Energie, habe wenig Ablenkung und kann einfach wirklich sagen, okay, der restliche Tag ist für die wichtigen Dinge. Also wenn du deiner Arbeit nachgehen willst, dann verdammt nochmal leg dieses Handy weg, weil wie wichtig kann etwas wirklich sein? Ich glaube, wenn wirklich etwas wichtig ist, dann ruft dich jemand an. Und wenn du auf Arbeit bist, gibt es mindestens ein Telefon auf Arbeit, wo man dich erreichen kann. Oder eben dann dein Handy und dann siehst du auch irgendwann, okay, mich hat der und der angerufen. Alles klar. Ausnahmen mache ich natürlich bei Notfällen oder wenn irgendjemand im Krankenhaus ist oder, oder, oder. Dann habe ich mein Telefon auch in der Nähe, weil ich weiß, hey, okay, es könnte jetzt irgendwie eine Nachricht reinkommen. Oder das Krankenhaus anrufen oder so. Aber grundsätzlich ist es so entspannt auch zum Beispiel, wenn du Freizeit hast, in deinem Hobby nachgehst, das Handy einfach mal wegzulegen. Ich weiß, dass es super viele Apps gibt, gerade für den Sport. Da benutze ich das Handy auch. Aber dann stelle ich das Handy auf Flugmodus. Und dann benutze ich das Handy nur als Timer und nicht für irgendeine andere Ablenkung. Wenn ich in der Sauna bin, war ich auch immer, ja, habe ich das Handy dabei, weil da habe ich meine Entspannungsmusik drauf. Und wenn jemand in der Sauna im Entspannungsraum quatscht, dann mache ich mir lieber Musik in die Ohren, damit ich es nicht höre. Und dann war ich auch immer versucht und habe es auch gemacht, immer irgendwie nochmal hier zu checken, da zu checken. Aber, ey, ich entspanne mich dabei nicht. Und deswegen ist mein Lieblingsdrücker mittlerweile der Flugmodus. Und wenn es eine halbe Stunde aus ist, meine Güte, eine halbe Stunde, das ist wirklich nicht viel. Und deswegen probiert es mal aus, was ihr machen könnt in eurem Alltag, um euch digitale Auszeiten zu nehmen, Timer zu stellen, wann das Handy ausgemacht wird. Oder vielleicht habt ihr sogar eine Routine oder einen Zeitpunkt, wo ihr das Handy nicht benutzt. Es ist ja auch nicht nur das Handy. Es sind ja auch alle möglichen anderen Ablenkungsmöglichkeiten, die wir so in unserem Alltag haben. Ja, ich benutze mein Telefon auch sehr viel und arbeite auch damit und suche bei Google irgendwelche Sachen. Aber ich lege es jetzt auch immer wieder beiseite. Ich lasse es zu Hause in einem anderen Raum oder schalte es einfach aus, weil ich merke, wie befreiend es ist, nicht ständig 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar zu sein. Außer du bist Notarzt und hast Rufbereitschaft oder hast einen Job, wo du Rufbereitschaft hast. Dann ist es was völlig anderes. Aber dieses Ablenken mit, ach guck mal, heute scheint die Sonne wieder, guck mal, mein Müsli sieht heute so aus. Das ist alles okay und ich finde es auch gut, wenn die Leute sich mitteilen wollen und es teilen wollen. Alles kein Ding. Aber wenn du dich so ein bisschen lösen willst davon, probiere es einfach mal aus, dir Freiräume zu schaffen. Guck mal, wo kannst du das machen? Und wenn dich das interessiert, welche Routinen ich noch so in meinen Tag nehme, was es mir bringt, nämlich eine unheimliche Freiheit und eine kreative Zeit, weil ich nicht so vollgeladen bin mit Eindrücken, mit Meinungen. Denn das ist wirklich super befreiend und weniger anstrengend, wenn man das Ding einfach mal ausstellt. Und diesen Freiraum möchte ich dir bieten. Ich werde nämlich im April vom 27.04. bis zum 29.04., das ist von Freitag bis Sonntag, ein Wochenend-Workshop halten. Mehr oder weniger halten, weil es geht darum, das Handy wirklich am Freitag auszuschalten, am Sonntag frühestens, wenn wir die Tür wieder zuschließen vom Haus, wieder anzuschalten. Du wirst meine Morgenroutine kennenlernen. Du wirst merken, wie wunderbar erfrischt und klar du in den Tag startest, wenn du eben nicht im Bett schon deine E-Mails checkst. Und wir werden dann gemeinsame Spaziergänge und aber auch eine Walking-Stunde machen. Ich war ja mal Physiotherapeutin und dadurch habe ich einige Erfahrungen, die ich hier in dieses Wochenende mit reinbringen möchte. Das ist einmal das Walken mit oder ohne Stöcken. Dann zeige ich dir eine 10-Minuten-Entspannungstechnik, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Wir werden Abend- und Morgenroutinen einbringen, sodass du mit voller Frische in den Tag startest und dass du super entspannt schlafen gehst, anstatt einfach nur ins Bett zu plumpsen, am Abend völlig erschöpft. Atmen ist eins unserer wichtigsten elementaren Dinge, die wir zwar automatisch machen, aber kaum noch tief. Und deswegen werden wir unsere Atmung vertiefen an diesem Wochenende. Und ich werde dir zeigen, wie du das selber machen kannst und üben kannst und wozu du das alles nutzen kannst. Wir werden dein Verhalten analysieren, dein eigenes Verhalten im Umgang mit digitalen Medien, also nicht nur das Handy, sondern was du dir noch alles in deinem Alltag, in deiner Woche erschaffst und heranziehst, um dich abzulenken. Denn viele Dinge machen wir sehr, sehr unbewusst. Und da werden wir auf jeden Fall rangehen, um das Ganze bewusst zu machen, ins Bewusstsein zu holen, zu verändern und viel aktiver und viel klarer damit umzugehen. Denn natürlich sind die digitalen Medien nicht mehr wegzudenken und du sollst sie auch nicht nicht benutzen. Es geht nur darum, einfach ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, okay, wann brauche ich was? Oder ist es jetzt einfach reine Beschäftigung, weil ich irgendwie gerade einfach keine Lust auf was anderes habe? Warum mache ich das alles? Weil wir unsere Energie, unsere Potenziale überhaupt nicht zu 100% ausschöpfen. und ich glaube, dass jeder viel, viel mehr davon haben kann, von seinem eigenen Potenzial und viel mehr erschaffen und schaffen kann, wenn man sich selbst nicht so sehr ablenkt. Wir werden also dieses Wochenende nutzen für eine digitale Auszeit vor Ort, aber auch, um dir zu zeigen, was du brauchst, um dir für dich digitale Auszeiten in deinem Alltag zu setzen, eine Freiheit zu entwickeln für dich in deinem Kopf, aber auch zu spüren, was es mit deinem Körper macht, wenn eben kein Fernseher läuft, kein Radio läuft, kein Spotify, das Handy aus ist, es nicht die Möglichkeit gibt, mal schnell was nachzuschauen. Du Zeit hast zum Lesen und Zeit hast für das, was du vielleicht schon lange mal wieder machen wolltest oder was du überhaupt mal anfangen wolltest. Vielleicht willst du mal wieder was zeichnen oder einen Text schreiben oder einfach deine Gedanken ausschreiben und dafür ist an diesem Wochenende Zeit. Wir werden auf jeden Fall da eine spannende Zeit haben. Du hast die Möglichkeit, da Texte zu schreiben, vielleicht auch einfach mal alleine spazieren zu gehen oder einfach nur die Natur genießen, wo wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, wo wir denn überhaupt sind. Wir sind im Seminar und Landhaus Schönbeck. Das ist östlich von Neubrandenburg. Es ist nicht weit von Berlin und selbst wenn du nicht aus Berlin bist, sondern von irgendwo anders her, bist du herzlich eingeladen, an diesem Wochenende dabei zu sein. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Absicht diese erste digitale Auszeit relativ klein halte, was die Teilnehmerzahl angeht, weil ich natürlich nicht will, dass du überladen wirst mit den Gedanken von den anderen. Es gibt den Rückzugsort für jeden, aber ich habe vor allem das Verlangen danach, dass wir alle gemeinsam eine Auszeit nehmen von allem, was uns sonst ablenken kann. Und dort ist Platz zum Spazieren, zum Laufen, dort ist weiter, dort ist frische Luft, wir sind auf dem Land in einem kleinen, kleinen Dörfchen und ich freue mich so sehr, weil das Haus ist auch so schön. Ich bin total gespannt, wer alles von euch dabei sein wird. Die ersten Anmeldungen habe ich schon. Ein paar Plätze sind noch frei. Das heißt für dich, melde dich an. In die Shownotes schreibe ich nochmal meine E-Mail-Adresse. Du schickst mir einfach eine E-Mail mit den Worten, ich möchte bei der digitalen Auszeit dabei sein und dann bekommst du alles weitere von mir zugeschickt. Ich kann wirklich nur empfehlen, diese Auszeit mitzunehmen, weil es wird so, so schön und sei schnell, denn ich glaube jetzt gibt es einige Leute, die da gerne mit dabei sein wollen. Melde dich an zur digitalen Auszeit im Seminar und Landhaus Schönbeck mit mir zusammen und wir haben eine großartige Zeit in dieser Zeit. Und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht auch einfach schon super Wetter, wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben eine überdachte Terrasse, es gibt eine Möglichkeit, die Sauna zu benutzen und wir können halt drinnen und draußen die Kurse machen und es wird sehr, 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 sehr schön. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche. Probier mal aus, wann du deine digitalen Auszeiten nehmen kannst. Das würde mich super interessieren. Gerne schreib in die Kommentare, wann du dir diese Auszeiten nimmst, wie das für dich funktioniert oder ob du das gar nicht brauchst, weil du hast dein Handy gar nicht so viel in der Hand. Kann ja auch sein. Ich zum Beispiel habe auch gar keinen Fernseher und brauche den auch gar nicht. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie viele Auszeiten am Tag du dir nimmst oder ob du das gar nicht brauchst, weil so oft hast du dein Handy gar nicht in der Hand. Wie du das für dich im Alltag regelst, dass du nicht so abgelenkt bist von unwichtigen Dingen wie Fernsehen, Radio oder Facebook, Instagram oder was auch immer, sondern wie regelst du deine freie Zeit und was kann man deiner Meinung nach machen, um das Ganze noch zu intensivieren. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund und pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.